Ja, und wir taggen B, was das Zeug hält. Ja, Kevin, du lindst Charlie ein. Ja. Wir müssen so viele Ziele erobern und halten sie wie möglich. Hallo, Alpha! Weg. Ja, ich sehe schon, ich bin schon da. Ey, der Typ, der C-captured, hallo? Hallo, C, irgendwer? Der Feind hat die Kontrolle über die Stelle. Falsch mit euch, Leute. Wir sind schon drauf. Mal ein bisschen reinladen. Hier, Jingo. Einer tot. Einer tot, ja. Wir haben die Seite, wir haben die Seite. Erster Gegner. Die Pusche vielleicht C, passt auch. Von Alpha auf Charlie, von Alpha auf Charlie. Ah, im Rapsfeld. Der Tank, der Tank, ja. Und noch mal Infanterie. Und Infanterie auch auf B. Ich drück weg, ich spawn noch mal auf B raus. Auf, 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 auf! Der Box an Charlie. Wie sieht's mit der Flank aus? Bravo, Alpha on D, jede Menge. Äh, bravo, sorry. Also, ich war auf Richtung Alpha unterwegs, aber der... Hier ist man hinter, direkt hinter der Flank. Ja komm, schnell, Flank. Ich bin zerstört. Alles schlecht. Aber die, die sehen da im Feld, der Tank, was sagt. Der andere Squad kann mal Asphalt mäßig rausgehen und den Tank da beschäftigen. Hier, mein Squad macht hier einen Flank, fertig. Da ist eine Repair Station. Was macht die Two Squad? Und weiter, 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 weiter. Go, 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 komm. Die wissen jetzt, dass wir sind. Der Tank steht an Alfa, äh, Brauer oben. Tank hat zwei Hits. Und einer innen fliegt vom Brauer nach Charlie. Ja. You're close. Der liegt da, der liegt da. Ja. Es sind zwei, die da liegen. Nice, nice, nice. Ja, ja, ja. Es ist, es ist noch mal einer. Ah, ne, es ist nur ein Spawnbeacon irgendwie. Redzen weiter, weiter, weiter. Redzen nun weiter. Ich blut! Tank ist gesmoked. Ich bin alleine. Das wird schon wieder. Ihr hilft. Let's go. Wir brauchen eine zweite Flag. Ja, wir haben A, wir haben A, wir haben A. Wir haben A, wir haben A. Von Bravo beschossen aber. Von der Base, äh, vom Radfeld Base. Zwei Stück zwischen Bravo, Charlie und Alpha in der Mitte. Ah, im Haus, im Haus, im Haus, im Haus. Hey, hier. Hier ein Sniper, mein Ping. Mich hat der Tank. Ah, scheiße. Stein, einer hier in der Mitte. Ah. Ah. Nach immer im Steinen einer direkt mit dem... Der Tank muss weg, Leute. Der Tank muss weg, Leute. Der Tank muss weg, Leute. Weg, 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 weg. Wir haben mindestens früh, die immer bei Bravo spawnen. Der Tank muss weg, Leute. Der Tank muss weg. Weg, okay. Ah, ich bin ganz wichtig. Oh, sollte. Oh, sollte mit Besucher jetzt. Make a hit. Close, hier schon. Wo ist der Tank? Da bist du ja wieder. In der Mitte. In der Mitte vom Rapsfeld. Und einer schon close auf C, aufpassen. Du bist so feindlich. Ich bin ja da. Ich bin ja da. Herzlichen Dank. Hier ist irgendwo ein Gegner. Nice, tot. Ah, da ist wieder der Sniper. Der Sniper ist wieder wieder... Sniper an der Mauer. Richtung Alpha. Der Tank ist da hinten irgendwo. Wo ist da hinten irgendwo? Ähm, zwischen Bravo und Charlie. Ich sehe deinen Ping nicht jetzt. Ich habe Ping. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich sehe ihn. Und von Charlie kommt... Ist der Sniper? An der Repair Station steht er. Ich hab einen guten Flank auf B. Auf mir raus, auf mir raus. Hand. I pace. Vorsicht, Tank ist rechts hinter Bravo. Nein! Ich guck da. Zwei im Rapsfeld und einer Seite. Tiger ist rechts hinter Bravo, auffassen. Kannst du sie nochmal pingen, Phil? Ich bin tot. Achtung, da ist... Ja, ja, schon klar. Ach so, ja. Ich hab... Sidebar da. Hab den... Hab den Sniper. Scheiße. Verhalte den Panzer, Alter! Ich höre sie nur laufen. Aber B ist jetzt nur mehr Inf mit unserem Tank. Mit unserem Tank müssen wir B schaffen jetzt. Äh, ich kämpf grad mit dem Tiger. Wo ist der? Wo ist der? Zwei Stück rennen Richtung Charlie. Einen riesen Flank machen hier, kommt. Einen riesen Flank machen wir hier. Achtung, jetzt ist der Tank. Ich guck, hinter dir ist alles. Da wird nicht steckt. Hinter dir, Erik. Zwei Stück. Ja, echt. Unter Bravo ist eine Inf beim Baum. War sie gerade noch. Tot. Was? Ihr seid alle tot mal, Bravo. Sag doch was. Die wissen jetzt, dass wir kommen. Needed mal den Spot. Müssen smoken. Zwei im Side. Einen hab ich. Noch einer. Hinter dem Stein. Einer hier an der Brücke. Ich ping das gleich. Noch einer, noch einer. Ja, ja. Ich lieg. Ist der, lebt der oder? Nein, nein, nein. Ich hab ihn. Rein in die Flag. Nice. Ich retz, ich retz, ich retz. Hab ich. Ah. Er ist noch immer da. Ich retz. Hallo. Sanitäter. Wir haben B, Leute. Anderer Squad. Probiert mal Fah. Probiert mal Fah. Anderer Squad. Okay. Zutaten bleiben. Ich brauch Hemmo. Hier irgendwo. Na Mauer, zwei Stück, Richtung Alpha. Wart nicht. Weiter, 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 weiter. Achtung, Nade. Nade, nade, nade. B ist richtig. Was ist los? Am Baummauer auffassen. Sollen wir B noch was bauen? Spawn auf der Flag? Ja, ja. Spawn drauf. Boah. Da ist richtig was los. Drei Leute auf Berta. Nochmal gleich den Huge Flag machen. Den großen Flank. Okay. Wie vorher. Einfach mir nach. Ich hole hinten drin, der Rick. Mich nicht holen. Wo liegst du? Ich kann mich nicht holen. Links der Fluss. Pass auf, hinter uns der Fluss. Hier vor uns. Weiter, weiter, weiter. Links Fenster. Links im Haus. Ja. Links im Haus. Rechts in der Flak. Direkt an der Flak. Und drauf auf die Flak. Wir haben die Flak. Die, die pushen C. Die pushen C. Ah. Hinterm Auto, wo wir grad geschlenkt sind. Ja. Der ist tot. Nice. Alpha, zwei Stück. Ich helfe dir. Einer im Haus. Und eine um den Katten. Schnell. Wir haben Zielberta unter Kontrolle gebracht. Komm mal mit mit mir. Komm mal mit mit mir. Hier. Seht ihr das? Seid verdammt vorsichtig. Wo wird die Netten? Wir greifen dann! Wir greifen dann! Jetzt streißen wir wieder auf Alpha. Die Two Squad. Ja. Ja. Kloß von mir. Scheiße. Timing. Nee, nee. Pass, pass, pass. Bleib, 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 bleib. Erich, brauchst du die Repair Station? Sonst zerliege ich das Ding. Wir kriegen rein von Alpha. Das waren zu viele. Ja, wir wollten die ein bisschen abstressen. Schnell, drückt weg, drückt weg und auf B raus wieder. B, B, B. Da ist wieder links von Alpha. Sie sehen wir bei den Bäumen hier oder so. Sniper ist tot bei der Mauer. Nein, da ist einer an der Mauer. Hab ich erwischt. Nice. An der Mauer ist eine Barke meistens aufpassen. Bravo geht, Jungs, Bravo geht. Oh, die anderen machen das schon. Geht mal wieder Matic raus, Leute. Von mir, Gegner, Onspot. Kevin, warte, 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 warte. Sanitäter! Alpha ist neutral. Nice. Noch einer. Scheiße. Achtung. Und die kommen von der Base. Ja. B ist lost, aber wir haben A. Sehr gut, Leute. Sehr gut. Jetzt alle auf C raus. Alle auf C raus. Halt euch. Gut gecapt. Ziel Anton erhobert. Es sieht so aus, als ob die B def... Tank auf Alpha und 2,11. Immer noch hinter dem Stein. Dann machen wir wieder einen Tank auf B. B. Nice, wir kommen schön von zwei Seiten. Pass auf, die sind auf B. Tank ist immer noch links im Alpha. Ja, Tank ist verscheucht, da geht's erstmal wieder reparieren. Über Alpha auf der Brücke, ein Tiger. Jambi, ne? Nice, Leute. Das ist gut, den A haben sie jetzt eingenommen. Die kommen. Die kommen. Tank ist... Links von Alpha an der Scheune. Äh, zwei Stücke... Geht direkt aus dem Radius ein bisschen. Link ist halt an Alpha, wenn ihr rein kommt. Im Garten, links. Tank ist an der Scheune, Richtung Raum. Ja, hat mich getroffen, Scheiße. Zwei Stücke an Alpha. Drei Stücke an Alpha, direkt an der Flag. Die laufen rechts rum jetzt und wollen auf Charlie. Kommen direkt auf euch zu. Tank ist Richtung B. Gehen Richtung Steinmauer, zwei Stück. Noch immer wer auf Side. Zwei Down. Wir haben die Side. So. Tank ist hier wo. Geh auf Tank. Tank ist Richtung Scheune. A, B, Scheune. Einer hängt da an der Steinmauer. Hängt zehn gebrochen. Sniper und Charlie. Sniper ist auch... Schwer, aber irgendwo so bei dem Baum halt. Ja, zehn Schafen. Ist das Wort? Oh, nein. Zehn Schafen. Ich brauche dir die Repair Station auf, wenn ich kann, Erik. Noch mal zehn Schafen. Da ist einer. Aufbrachen. Ja, einen habe ich ja bestimmt. Tank markiert, Tank markiert. Tank ist bei 50 HP. Tank ist bei 50 HP. Tank ist bei 50 HP. Ich brauche einen Sanitäter! Wir haben Response, wir haben gute Response hier. Tank noch immer da. Kommt aus der Sold raus. Kommt aus der Sold raus. Auf mir. Auf der Pace. Auf der Repair Station steht. Ja, gut. Was machen wir, Jungs? Tank noch mal, Helm. Tank down. Nice. So gut. Und rauf auf B. Rauf auf B, Leute. Hier irgendwo. Liegt vor der Flagge. Vor der Flagge. Liegt vor der Flagge. Das ist nichts. Hier. Ja. Tod. Kurz. Revive kommt, Schurke. Danke. Erik, Sniper bei Alpha. Okay. Anhand. Läuft die Straße entlang. Ah, was? Ah, ich habe irgendwie... Was ist das Ding? Schnell weg, schnell weg. Anderer Squad macht wieder Stress auf A. Machen wir. Double Kill auf A. Sehr nice. Let's go. Let's go, Alter. Okay. Versuch das Caption. Schurke, rauf auf A, komm. Go, 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 go. Wir brauchen die ganze Squad. Go, go, go. Hier ist ein Gegner. Zusammenbleiben, zusammenbleiben. Pass auf, die kommen B. Pass auf, die kommen B. Fuck, das gibt's nicht. Okay, unser Tank. Attikate Alpha. Mitkommen, mitkommen. Alpha. Einer bei Alpha. So, bei mir ist er. Beim Truck habt ihr den? Ja. Nee, lebt noch. Oder? Tod jetzt. Vielleicht noch einer. Okay, Alpha safe. Alpha kriegen wir. Es waren zwei, ja. Jetzt haben wir. Tot, tot, tot. Achtung, Richtung Brücke zur Scharfschütze. Nice, Leute. Wir haben auch A. Let's go, Trip Cap. Wir haben alle Ziele unter Kontrolle. Linke Seite unterläuft Brücke. Zwei Stück. B oder A? Zwei weg. Noch einer, noch einer. Ein dritter Endkopf. Komm mal zu mir hierher. Ja, ja. Direkt auf der Brücke. Und einer, einer bleibt da auf der Fleck. Einer, der auf der Fleck ist, bleibt da. Okay. Du guckst so Richtung Rapsfeld, dass sie nicht Richtung C gehen. Noch immer direkt einer auf der Fleck, auf der Brücke. Anderes Rapsfeld. Ja, genau. Vielleicht haben wir's geschafft. Wir kommen gut voran. Tank. Er droppt wieder, aber das macht nix. Wir fangen die Close-Up. Ja, das... Ja, das... Genau, bitte. Ich bin tot. Einer kommt hinter. Tank hat hin. Wir haben die Landung verloren. Einer, das D. Alpha ist overrun. Und Tank fährt von Alpha Richtung Charlie. Achso, gut. Ja. Und relativ schnell. Er wird gleich. Tankstürm, Charlie. Nein, er bleibt an der Mauer. Nein, die gehen C, die gehen C. Das war ein C raus. Anderer Spot geht C. Ja, die gehen C, die gehen C. Aber wir kämpfen schon wieder A. Da ist ein A, B. Da drüben bleibt wachsam. Tank fährt Richtung B. Auf Eißung, wo einer. Außen schon. Hier, hier. Druck. Äh, B. An der Mauer schon eine. Brücke, Brücke schon eine. Brücke, Brücke schon eine. Einer, Charlie. Einer ist Brücke. Einer, B. Die Repair Station zerstören unbedingt. Einer Brücke tot. Was war der? Bravo geht. Alles schlecht. Sniper auf dem Hubsfeld. Panzer auch. Panzer auch. Der Repair Station ist safe. Tank auf Alpha. Ja. Tank ist gespottet. Gegner Tank. Nehmt auf Alpha. Nehmt auf Alpha. Ah, nehmt auf die Seite. Charlie. Gekillt. Auf dem Weg. Ja, Charlie Deffen. Charlie, zurück. Charlie Deffen. Ne, mach dir weiter Stress, wir haben schon C. Mach dir weiter Stress. Okay, dann gib mal Alpha oder? Ja, ja gut. Lasst biegen. Dann, dann hacken wir auf A weiter. Ja, pass auf. Ja, wir quacken ein ganzes Guardium. Wir müssen das in den Zepp, Leute. Wir können es nicht getecken. Wir müssen ein bisschen deppen. Hier irgendwo, aufpassen. Rechts von dir, Phil. Grüßt Guard, was machen wir? Halber. Genau der. Tank unterwegs Richtung Auflashation. Ah. Einer in uns der Tank an der Ammo Box. Tank, Charlie. Tank, okay. Wir müssen jetzt B-pushen, Leute. Wir müssen B-pushen. Mein Squad B. Nein, die haben noch ein Ding. Einfach Charlie. Vernei die. Wir brauchen Assaults auf Charlie jetzt. Wir brauchen aber eine zweite Flex. Assaults auf Charlie, ganz wichtig. Assaults auf Charlie, ganz wichtig. Ja, ist egal. Charlie, aber... Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Einer B-dead. Noch einer. Einer B-pushen. Einer B-pushen. Einer B-pushen. Einer B-pushen. Schön. Let's go. Wir haben B-pushen. Tank und impf auf Charlie. Ein Stück impf. Ah, dreckig. Wieso habe ich das ganze... Ich schicke auch impf auf C. Einer Captured und gleich weiter fahren. Tank ist fast down bei Charlie. Wir brauchen noch eins. Haben wir Jungen? Ja, gleich. Wir brauchen nur einen kill. Einfach nur einen kill. Ich habe auch eine AT auf C geschickt. Mhm, sehr schön. Ich bin festgesackt. Der Tank rechts. Der Tank zerstört. Zwei Kills waren da drinnen. Also eigentlich müsste es jetzt gewonnen sein. Außer die anderen halten sich an... Irgendwo in dem Rapsfeld. Das ist der Sater irgendwo. Ja, Sniper. Da hinten. Sniper bei der Mauer. Bei Alpha. Vorne, vorne, direkt vorn. An der Brücke, linke Brückenkopf hier. Ja. Nice. Nice. Sauer. Boah, das war wieder knappe. Das war wieder extrem knapp. Wir haben gut aufgeholt. Also das war echt krass. Von meinem Squad. Ich habe gesagt, einer soll auf B bleiben und ins Rapsfeld gucken. Wer war das? Das war ich auf B geguckt. Und du bist gestorben, weil die haben auf einmal B eingenommen werden, wie auf A waren. Ich habe drei oder vier Mal gecallt, dass die Richtung B kamen. Okay. Dann habe ich das gehört. Ja, das habe ich gehört, aber das stimmt. Ja. Dann habe ich das gehört. Ich habe die ganze Zeit gecallt 2 B oder 1 B. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Ne, er hat der gepasst. Aber ja. Aber immerhin bin ich jetzt auch da. Ich muss nicht mehr telefonieren. Drei nach drei Runden. Ja, wie, was die vierte machst du aber schon jetzt noch? Oder was habe ich falsch verstanden? Ja, ja. Ich bin jetzt da zu reden. Das meine ich. Ach so, okay. Ich war die ganze Zeit gemuted. Ach so. Gar nicht mitbekommen. Ich bin die ganze Zeit nur mit dem Squad mitgelaufen. Ja.